Herzlich Willkommen zu einem Video von Heyday! In diesem Video gibt es schon wieder etwas ganz anderes und zwar die 100.000 XP Challenge das heißt, wir wollen so schnell wie möglich 100.000 XP farmen und dafür haben wir hier auch diesen Timer da seht ihr einmal so Splits 25.000, 50.000, 75.000 und 100.000 wenn ich das erreiche, weil ich möchte das zeitlich festhalten und ja, wir wollen 100.000 XP farmen mit folgenden zwei Regeln die erste Regel, keine Schübe und die zweite Regel, Diamanten nicht einsetzen, außer also zum Schiffe holen und um LKW-Aufgaben zu holen das heißt, ich darf keine Produkte beschleunigen oder sonst irgendwas beschleunigen, ich darf nur LKW-Aufgaben holen und Schiffe holen ja, das sind die Regeln und ich würde sagen, wir starten direkt los also wir müssen jetzt auf 600.000 sein also auf die 3.000 scheißen wir jetzt einfach mal und ja, das müssen wir jetzt mit LKWs, Schiffen, statt wie man halt XP fahren machen und ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen und ich würde sagen, let's go, oder? ja, 3, 2, 1 okay, bin mal gespannt ich habe ja extra schon ein Puzzleteil-Schiff ja, ich wollte einfach mal gucken, wie lange das so dauert 100.000 XP zu fahren weil im Stream geht das echt immer relativ schnell und jetzt bin ich mal gespannt oh, jetzt kriege ich es oh man, jetzt kriege ich das Weizenfahren noch nicht mal hin ach, ist das nicht grausam wie gesagt, 25.000 dann bei 525.000 und dann geht's weiter so, LKWs werden auch abgeschickt ich weiß, oh, die will Decken haben das ist natürlich auch nice aber die geben wir dir jetzt noch nicht müssen wir jetzt hier noch auf Hilfe warten ich glaube, im Stream wäre es viel einfacher gewesen aber ich wollte das einfach mal Off-Stream machen mal gucken, wie lange ich so für ja, 100.000 XP brauche ähm, sollte denke ich mal gar nicht so lange dauern aber gucken wir mal bin gespannt wir werden jetzt hier erstmal alles reinbuttern was wir haben und gucken, wie wir dann rauskommen wir haben jetzt schon 4.000 gemacht was schon gut ist die zählen natürlich jetzt nicht diese 4.000 also offiziell haben wir jetzt 1.000 gemacht ich wollte jetzt nicht so krumme Zahlen machen deswegen machen wir einfach hier eigentlich 104.000 deswegen ist es eigentlich ein bisschen ja, wir dürfen nicht so ernst nehmen es soll ja auch Spaß machen und so deswegen ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein ne, aber ich habe ja schon mal diese Level 1 Account Challenge gemacht für all die es interessiert da habe ich in einer Stunde versucht so weit zu kommen wie möglich mit einem neuen Account da könnt ihr mal oben rechts jetzt draufklicken ähm es ist eine sehr, sehr, sehr geile Challenge gewesen und ich habe mir auch häufiger mal so Challenges überlegt und diese Challenge ist eigentlich auch richtig, richtig gut gefällt mir auch sehr deswegen könnt ihr mal euer Feedback in die Kommentare schreiben also was man anders machen kann oder auch vielleicht Verbesserungsvorschläge für diese Challenge oder auch für andere Challenges schreibt es gerne mal in die Kommentare würde mich mal jetzt sehr interessieren aber sowas ist generell immer ganz cool können wir beim nächsten Mal auch gerne im Livestream machen und dass ich das dann nachher noch als Video hochlade ich wollte es einmal so testen wie es halt so ankommt die mache ich jetzt selber die Aufgabe genau ich bin immer so ein bisschen direkt zum Laptop um ja für einen LKW-Counter ich habe noch diesen LKW-Counter Handgriff immer drin so wenn ich dann so ah schnell da hin so dann würde ich ja keinen LKW vergesse aufzuzeichnen was ja immer in den Streams der Fall ist so läuft doch sehr gut oder eigentlich müsste ich erstmal die LKW-Aufgaben machen mit den höchsten XP aber ja 5000 haben wir schon das heißt wir haben ein zwanzigstel geschafft jetzt muss ich kurz mal überlegen aber ein zwanzigstel ja XP-Farm ist ja immer so eine Sache ich habe ja auch ein Tipps und Tricks wieder zu schnell XP-Farmer gemacht könnt ihr auch jetzt mal nochmal oben rechts klicken da oben ganz oben Tipps und Tricks zum XP-Farm ja ach ich klicke jetzt immer auf die drauf wenn ich die da stehen lasse ich glaube ich komm ich schicke die einfach weg jetzt 240 Decken für 380.000 Münzen ist das nicht geil weg damit bam aufs Geld zack boah das ist ein geiles Feeling das ist ein geiles Feeling war ja falsches Event ungeplanterweise das Winter Chili Häppchen ne doch Chili Häppchen ach ich habe so einen Däubelrückblick ein bisschen verkackt aber ne ich habe mich da noch richtig verbessert warum sehe ich da immer Wintergemüse das sieht so ähnlich aus komischerweise in meinem Kopf aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht ähnlich total komisch wirklich ok 10.000 haben wir nice macht gerne auch mal die Challenge vielleicht nicht unbedingt mit 100.000 macht mal 10.000 einfach zum gucken das ist ja komplett variabel wir kriegen Puzzleteil unerwartet sehr gut einfach mal die Challenge machen und gucken was passiert schadet nicht also ihr bekommt ja nur was davon wisst ihr also ob ihr jetzt nichts macht oder einfach auch so ihr könnt ja auch das werden wir auch noch bald machen eine Challenge machen mit 100 Tools Farmen vom Weizen was natürlich ein bisschen ähm uninteressanter ist als jetzt XP zu farmen aber werden wir auch noch machen wie lange dauert es 100 Tools zu farmen was auch ein bisschen errechenbar ist weil man kriegt ja so 2-3 Tools alle 2 Minuten deswegen ist das jetzt vielleicht nicht so spannend aber so einfach so Challenges ist immer eine geile Sache wir haben schon 16.000 ey ich glaube die geht schneller als gedacht also meine Erwartung war so eine halbe Stunde um ehrlich zu sein aber jetzt dass es ja doch so schnell geht hätte ich jetzt nicht gedacht und wenn wir es nochmal machen dann beim nächsten Mal dann haben wir schon Zeitwerte und wissen dann wo wir schneller waren und wo wir langsam waren äh langsamer waren finde ich eine ganz gute Sache das ist cool ok wir dürfen diese LKWs dürfen wir noch nicht machen weil wir müssen ja XP verdienen deswegen müssen wir erstmal die machen die wir so abschicken können weil jeder LKW wäre jetzt 30 Sekunden Verschwendung man muss ja schon so denken ne ok Honigtoast habe ich nicht geben wir das weiter Mayonnaise mache ich selber voll auch wenn Mayonnaise etwas schmerzt ich weiß noch nicht warum ich so viele Mayonnaise habe ich glaube die habe ich noch von oh wir haben jetzt hier im Moment die 25.000 voll da muss ich hier splitten haben wir jetzt und ne noch nicht ok aber gleich haben wir die 25.000 voll nice so muss das sein ich glaube jetzt ja oder haben wir es jetzt man komm ne hä Frechheit jetzt aber ja nice 5 Minuten 13 ok wir haben 5 Minuten 13 Sekunden gebraucht für 25.000 XP aber das ist schon viel oder also so in 5 Minuten 25.000 XP alter das ist das ist schnell das ist echt schnell ok das geben wir auch frei habe ich nicht ich habe letztens voll Ananassaft mit Passionsfruchtsaft ich habe jetzt gerade auch schon gedacht wer Ananassaft gewesen ich verwechsel immer Ananassaft mit Passionsfruchtsaft warum das sieht sich echt voll ähnlich wenn man es jetzt nebeneinander sehen würde kann ich jetzt einmal kurz zeigen ohne jetzt hier groß Zeit zu verlieren ähm also hier Ananassaft Passionsfruchtsaft ich weiß der Passionsfruchtsaft hat Punkte ist auch gelb aber ich und Ananas sieht auch komplett anders aus ich weiß aber so wenn man das so klein sieht dann denke ich immer oha das ist ja ist ja das gleiche wisst ihr und ich glaube hier werden wir jetzt lange brauchen bis uns da einer hilft weil 10 Passionsfruchtsaft ist schon nicht ohne das ist nicht mal eben auf jeden Fall also LKWs laufen gut wir haben bisher auch noch keine Diamanten eingesetzt außer für die Schiffe ist mir gerade eingefallen aber ja sonst haben wir keine Diamanten eingesetzt wir können es auch gerne mal machen komplett ohne Diamanten das dann auch für so ein Livestream Ding wird natürlich dann viel länger dauern aber ist ja egal das sind jetzt erstmal so unsere Regeln die wir uns halten wir haben schon 31.000 ey das geht echt schneller als gedacht wie gesagt halbe Stunde war so meine meine Vermutung und ich glaube wir kommen auch so umgeschraubt auf eine halbe Stunde bin mal gespannt wollen wir noch die Tiere hier die geben wir auch noch XP gehen wir noch in die Stadt auch noch ganz wichtig weil es gibt ja auch noch alles XP jetzt könnte man natürlich so ein bisschen argumentieren na du hast vorbereitet und so es zählt nicht aber ehrlich gesagt habe ich das gar nicht ich habe einfach meine Farm gestern Abend gemacht und heute habe ich mir die Challenge überlegt und habe gedacht komm starten wir einfach also ich habe echt nichts dahingehend vorbereitet also auf die Challenge ich habe einfach nur ein bisschen gewartet dass ich ein bisschen mehr machen kann auf der Farm ja gut das Schiff das war schon fertig aber das war sowieso eigentlich alles ein bisschen anders geplant deswegen passt das auf jeden Fall alles schon so ja ich wollte jetzt eigentlich noch mit der Stadt warten bis wir keine LKWs mehr machen können bevor wir dann unsere Diamanten verschwenden macht das auf jeden Fall nicht nach mit so vielen Diamanten weil das ist dumm das braucht man nicht man kann in HD auch entweder langsam leveln oder halt auch die Diamanten in bessere Sachen investieren das wisst ihr ja alle ne machen wir nicht macht keiner mich stört doch immer so ein bisschen dass ich bei der Kamera so ein bisschen nach unten gucken kann eigentlich würde ich gerne am liebsten in die Kamera gucken aber da ich auf das Tablet gucken muss das immer so ein bisschen schwierig aber ab und zu versuche ich auch mal hoch zu gucken ja genau soweit es natürlich auch nicht vergessen gibt auch immer gute 3 bis 400 XP ach ne Quatsch 180 ne ach ne ja doch 200 wie viel Feld habe ich 206 206 XP kann man auch mitnehmen so alle 2 Minuten so wir haben gleich die 40.000 das ist nice das ist sehr gut 40.000 in unter 10 Minuten krank kranker Scheiß ey mach das echt mal nach mir würde es echt mal interessieren wie lange ihr dafür braucht könnt ihr auch gerne so ein Aufnahmeding nehmen und dann gucken wie ihr es benutzt wie ihr so zeigtechnisch abgeschnitten habt und wie gesagt wenn ihr nicht 100.000 machen wollt macht 10.000 macht dann irgendwie weiß nicht so die gleichen Grenzen von mir aus in meinem Level macht es aber mehr Sinn 100.000 zu machen das ist auch eine schönere Zahl muss ich sagen Passionsfruchtsaft also ihr was sie will jetzt Passionsfruchtsaft haben hä ich brauche den doch will sie mir jetzt damit helfen oder was glaube ich nicht irgendwie aber gucken wir mal oh ich habe immer Nudelsuppenmangel warum total bescheuert eigentlich yo sie hat sie hat es erbeten und hat mir damit geholfen komm wir machen es jetzt selber voll wir haben es eilig wir haben es mal ab und zu eilig Leute ich glaube das Zeitprogramm brauche ich nicht erklären das ist eigentlich offensichtlich oh man ey das ist echt nicht gut das ist echt nicht gut ok was können wir hier machen Käsetortes achso ich habe hier Käse wollte ich jetzt nicht so viel machen aber immerhin ein bisschen mal was drei Stück reicht erstmal dann haben wir da mal wieder eine gute Basis boah das gibt wenig XP die Aufgabe das gesehen zeige ich es dir gleich nochmal hier gucke ich dir das an ja gut Bärensmoothie und Weizen und Grilltomaten sind natürlich so heftig aber trotzdem 300 XP finde ich ein bisschen wenig dafür ok jetzt schellert es noch wir haben gleich die 50.000 gleich haben wir sie muss ich hier schon mal wieder bereit sein meine Knöpfe drücken 50.000 oh ne Honigseife nicht so gut oh noch 500 oh der will auch Decken haben nice ey nochmal 294.000 ey geil oder krass nehmen wir mit mal eben so 500.000 noch mal eben neben der Challenge noch so 500.000 Münzen mit mit Decken verdient kann man machen so jetzt aber ne hä oh ja stimmt das war so wenig Aufgabe wenig XP jetzt aber ja da haben wir es boah wir haben einen guten Schnitt muss ich sagen wir haben echt einen guten Schnitt so alle 5 Minuten 25.000 XP das passt sogar fast ne aber jetzt wird es jetzt wird es ein bisschen krimineller hier nochmal hier kurz eine Aufgabe ich weiß nicht ob ich die abschicken soll aber warum habe ich die eigentlich freigegeben hey die macht doch keiner es war dumm es war einfach dumm also wir sind jetzt quasi mit den nächsten 25.000 XP ein paar Sekunden langsamer wie viel sind das 8 Sekunden 8 Sekunden langsamer nur also ich habe echt echt lustigerweise echt ein guter Schnitt ne so 5 Minuten 13 pro 25.000 XP irgendwie lustig das passt sehr gut okay mich würde mal interessieren was jetzt passieren würde wenn wir in die Stadt gehen was ich ja definitiv auch noch machen möchte okay machen wir eben noch diese LKWs diese beiden hier wenn wir die nicht mehr machen können dann geben wir in die Stadt wobei ich eigentlich dazu tendiere eher durch LKWs und Schiff die 100.000 zu machen aber jetzt beim ersten Mal können wir es ja machen ist ja jetzt kein kein großer Akt also wenn das so weiter geht müssten wir ja eigentlich in 21 Minuten fertig sein also insgesamt oh ja und hier ich habe immer diese die Erdnusskaramellen gemacht mir gehen dann die Nüsse aus leider ey ey wenn irgendeiner von euch Nüsse hat ne bitte verkaufen also wenn ihr die übrig habt meine ich würde ich euch direkt abkaufen alle die ihr habt ich brauche Erdnüsse ganz ganz dringend okay das können wir auch komplett machen wir kriegen gute Schiffe muss ich sagen schon sehr entspannt das Ganze achso muss ich auch abschicken das habe ich beinahe vergessen klar könnte ich jetzt das Schiff noch ein bisschen schneller holen und so aber das lassen wir jetzt mal ein bisschen weg wir machen jetzt erstmal einmal und optimieren dann das ist mal ein guter Plan okay Kakaobäume die sind im Moment ja richtig goldwert also Kakaobäume ne das sind die wichtigsten Bäume in ganz Hayday also wirklich weil man braucht die für so viel ich mache da nochmal ein Video drüber was so wirklich das Wichtigste ist aber so allein vom von meinem normalen Farm hier müssten es eigentlich die die Kakaobäume sein warum habe ich das jetzt gemacht weil die die werden für so viele Sachen gebraucht und so einfach nur von den von der Produktanzahl her da kann man ja auch mal ein Video zu machen der wichtigste Baum oder so es kommt bald wenn ich einmal sowas im Kopf habe dann dauert es meistens nicht lange okay was haben wir hier wir haben gleich schon die nächsten 25.000 die gingen jetzt aber schnell noch 7.000 so ich gehe jetzt eben in die Stadt scheiß drauf hä war ich schon in der Stadt warum steht da Zucht da können wir jetzt die nächst 25k erreichen ja das wäre echt sehr gut ja erreichen wir auch der Stadt ey wie schnell das geht wenn man das mal so ich habe das ja im Stream meistens nicht so ganz im Blick immer aber da sind sie ja da haben wir sie boah ey alter wie schnell ging das denn hohohoho oh wir haben vielleicht schon die 100.000 und ich habe jetzt hier nicht einfach nur alle vorbereitet noch 15.000 haben wir es geschafft gut die müssen wir jetzt natürlich auch noch bedienen klar sollte ich jetzt natürlich nicht machen wenn ich jetzt hier voll auf Zeit spiele aber das machen wir jetzt auch noch der Vollständigkeit halber weil ist mir wichtig dass die auch alle hier bedient werden die Stadt muss immer laufen auch wichtig aber wir haben noch nur noch 14.000 xp vor uns und haben es geschafft richtig gut holen wir uns einfach hier 10 Leute egal welche ist jetzt nicht so wichtig fahren passt hier da rein ich kriege noch Dynamit nice Gastfreundschaft Marcel ist ein Gastfreundlicher der hat hier uns nur Dynamit da gelassen sehr sehr nett müsste ich auch mal machen weil es nächstes Mal Besucher bei mir vor der Tür steht und dann ach hier willst du Dynamit haben kannst du haben nimm mit auch nicht schlecht ja jetzt haben wir so mehrere Gebäudemenschen die ich ja nicht so nice finde um echt zu sein aber machen wir jetzt ich möchte jetzt nicht unbedingt 10 Leute wegschicken und dann 10 holen obwohl es eigentlich besser wäre um echt zu sein vielleicht mache ich es doch vielleicht mache ich es doch das zählt nicht als Diamanten ausgeben weil ich kriege ja dafür nicht direkt Erfahrungspunkte deswegen ist das ja noch in Ordnung ja das ist jetzt hier natürlich richtig viel Zeitverlust aber mal gucken wie viel es am Ende ausmachen würde ich hätte einfach nur in die Stadt gehen müssen alle einsammeln und dann wieder weitermachen oder habe ich gerade auch für Erdnüsse gebraucht ey Leute Erdnüsse Geheimtipp wichtigste Produkt im Moment weil egal was du mit den Erdnüssen machst du kriegst einfach immer viel XP das ist einfach so das ist einfach echt einfach nur krank Kirschen das machen wir aber danach also mit den den einzelnen Menschen hier wieso habe ich denn so viel Kino Pension hä was ist denn da los Kurwurz ist auch voll Kino ist voll boah die Besucher waren ja richtig kacke aber die wussten ja überhaupt nicht die konnten sich überhaupt nicht entscheiden die haben alle das gleiche Gebäude genommen bei der Gebäudeauswahl nicht gut sage ich euch nicht gut Eier Chili wie viele Eier brauche ich denn Himbeeren ich habe nichts mehr ich sage es euch also die einfachen Sachen im Moment nicht die einfachen Sachen habe ich im Moment noch nicht so vorbereitet okay machen wir gleich so weiter geht es hier mit den mit den Schiffen mit den LKWs boah noch 14.000 wir sind unter 20 Minuten ich glaube das schaffen wir auch unter 20 wenn das hier so weiter geht schleunigen wir mal das Schiff oh boah den Trick dann habe ich heute aber gar nicht drauf oder sehr merkwürdig sehr sehr merkwürdig hier das Ganze okay noch 12.000 oh ich hätte oh zu Glück habe ich die Blume ich wusste gerade nicht ob ich die habe wirklich nicht aber Tacom haben sie wenigstens noch 10.000 dann haben wir die 100.000 schon fertig krass oh so viel Marmelade wollte ich noch nie eine haben von mir das war viel wir können das auch gerne mal wenn wir so Doppel-XP-LKW-Event haben vielleicht doch sogar mal im Stream machen für eine Million oder so boah Brot ist kacke ich glaube das muss ich weiterschicken das Schiff das ist ein bisschen doof noch 8.000 boah Leute richtig gut 7.000 ja gut 7.100 noch ich finde das sehr spannend muss ich sagen okay Marterfall hat mir geholfen das ist sehr nett dankeschön 1.000 gibt es dafür das heißt wir sind bei 94 schon ja ich habe kein Brot ne das andere Ding habe ich auch nicht oh da oh ey wenn man sowas hat das ist natürlich Luxus ne Snackmix der gibt mega viel XP jetzt haben wir es geschafft jetzt haben wir es geschafft ja okay also das das ist ne ganz sichere Geschichte dann einfach der Snackmix da 1400 alter das ist ne MVP das ist ne MVP einfach bei diesem Event 1400 1400 1400 einfach noch 600 ja wir haben es geschafft boah krass unter 19 Minuten alter was oha also ey das muss ich mir echt mal nochmal in der Wiederholung also in der Wiederholung also als Video nochmal angucken unter 19 Minuten ey das ist heftig wirklich scheiße das ist wirklich krass ja Leute das war's für die Challenge und für den Part ähm ich bedanke mich fürs Zusehen wenn euch der Part gefallen hat und euch das Projekt gefällt dann schreibt es gerne mal in die Kommentare lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich sehr freuen denn es ist kostenlos und denkt auf jeden Fall immer daran hier den Creator Code einzugeben so Römer B egal ob ihr was kauft in Game oder nicht unterstützt mich wirklich wirklich sehr das sind alle Kosten und Unterstützung die ihr so machen könnt deswegen abonnieren Daumen nach oben da lasst einen Kommentar und einen Creator Code würde mich sehr sehr freuen wirklich in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag Herz geht raus an alle da draußen einfach mal man muss auch mal Liebe verteilen haut rein und ciao